Hallo Dudes, da sind wir zum nächsten Spiel gegen den nächsten unaussprechlichen Verein, Start Reims, Start de, Start de de Reims, wie auch immer, ich muss mich hier irgendwie mal richtig einsetzen, so, ja, also die Vereine in Frankreich sind für mich unaussprechlich, Toulouse geht gerade noch so, wir legen also hier los, oh ja, okay, IJT ist bei denen kaputt, okay. Aha, ah ja, genau, so war das, mit anschnibbeln ist hier, ach ja, genau, R1 immer schön schnibbeln, ah, mein Knie, ich habe es hier irgendwie gerade ein bisschen ungemütlich, ich weiß nicht wieso, aber hoffen wir trotzdem mal auf ein gutes Spiel, auf einen guten Sieg, diesmal vielleicht. Letztes Spiel war ja leider, äh, leider, leider, nur, ähm, ein Unentschieden. Nein, Weber hat da super aufgepasst, da war ich wieder zu unkonzentriert. Oh, da haben wir ihn, wieder die Bille, die Bille, die Bille. Oh, nein, 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 okay, Ball für uns auf jeden Fall. Und Tabanou, Capoe, Regatta. Wo die den Ball immer herholen, ich verstehe es nicht. Ey, das ist meine, meine. Ja, meine. Ja. Ja. Kann doch nicht so schwierig sein, doch den Ball zu spielen, nicht? kann ich nicht so schwierig sein die pille trotzdem sofort meine konzentration eben gerade halt dass das letzte spiel gespielt das war schon echt konzentrationsraubend und dazu kommt dass ich davor noch eine stunde gamedev tag gespielt habe wahrscheinlich jedoch auch noch mal bremen abgewährt und abstoß das ist aber echt krass wie wir das hingekriegt haben ja schön ja nein shit 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 da habe ich falsch gelenkt zu unkonzentriert wir müssen da jetzt mal ein bisschen kommt einfach ungeschonten durch okay oh yes ich wusste ich wie ich da jetzt durchkommen soll da haben wir eine super aktion also war gut gespielt im prinzip war es gut in letzter sekunde hier noch dazwischen geworfen jetzt kommt die flanke also es war echt eine gute aktion vorne kann man nichts gegen sagen und da steht es 1 zu 0 für den nächsten unnaussprechlichen verein ich versuche dazu springen immer irgendwie springen meine leute nicht ich weiß nicht wieso aber ich probiere es weiter wir probieren es weiter okay scheiße man die pille kommt nie an so dran bleiben jetzt hier meine güte ey der kann ja überall herumlaufen okay gut gehalten wir müssen jetzt irgendwie hier den weg durchfinden ne ich weiß sonst auch nicht was wir hier machen können erstmal hier eine runde ruhig herumspielen ach scheiße ich hab nicht drauf geachtet wo der steht der gegner ich seh nicht alles ich seh es nicht meine augen sind zu müde gerade wohl da müssen wir irgendwie anders ran echt mist echt einfach mist es gibt es ja nicht wie kommen die denn immer hin er ist halbzeit ist vorbei es steht 1 zu 0 für den gegner wir können doch hoffen dass wir hier ja ich weiß nicht in der zweiten halbzeit jetzt irgendwie aufdrehen können also ok jawoll zu eng es ist der darum ist einfach zu eng guter Schuss gut durchgespielt ein bisschen mit Glück also ich hab's eigentlich nicht so planen wollen es war auch nicht so geplant und ich krieg die Pille nicht weg gespielt ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig die Pizentana ey Junge du bist voll der Mute Ball war zu lang aber ich musste irgendwie versuchen einfach drauf zu schießen nein guck mir doch mal einen Spieler den ich brauch ich hab probiert einen Spieler in der Nähe zu kriegen ich hab ihn erst gekriegt als er schon fast im Strafraum war da war es zu spät konnte ich nichts mehr machen da war ich am rumdrücken die ganze Zeit ja 2 zu 0 damit sieht es sieht er sehr unwahrscheinlich aus dass wir hier heute einen Punkt mitnehmen die kommen nicht durch die hauen mich sofort weg ach schieß doch mal den Ball der ist doch da direkt vor dir hau den doch nicht weg warum haust du denn den Spieler da kommt jetzt der Ball Schuss Schuss der Ball da ist doch der Ball ich hab probiert den Spieler nicht zu berühren sondern den Ball keine Ahnung was ich da machen soll das ist einfach beschissen ok na gut wir haben noch ein paar Minuten eventuell muss ich vielleicht mal zwischendurch auf Profi wieder gehen weil ja ich hab das Gefühl das wird gerade zu hart hier für mich die Gegner hauen mich hier komplett weg also ich sehe hier kaum eine Möglichkeit ich mach Tore ich kann nichts ich kann nichts ist das Problem das ist die einzige Möglichkeit so nah komme ich und nicht weiter sobald ich da irgendwie anders versuche reinzupassen scheiße dann sind die Gegner sofort in mir drin also Ball angenommen und sofort wieder verloren ganz schlecht gespielt 2 zu 0 verdient hier für Start D irgendwas Start D re nice Tja meine Spieler können es nicht den Ball so annehmen leider also da entsteht halt nur nochmal Ballverlust echt Mist ein ganz großer Mist ist das leider ein ganz großer Fauxpas muss man mit Französisch zu sagen äh äh Yago makes me lose my mind äh ist echt doof ich weiß nicht woran es liegt zu schlecht bin ich einfach im Moment bin gesprungen der Gegner kommt dran muss irgendwie an an irgendwas muss es liegen ich kann es noch nicht genau sagen woran es liegt gut gemacht Yago sehr schön Ali Ali tells Piaz ich verstehe es nicht wieso nehmen sie denn den Ball so heftig an er hätte da einfach direkt durch die Lücke gehen müssen und ich bin nicht gesprintet alles probiert hier das Spiel ist äh gegen mich das äh war es wieder mal auch das ist doch echt beschissen ey das ist doch echt kacke ich nehme mir den Ball ab und er rollt direkt er rollt so dass meine Spieler nicht rangehen wollen und der Gegner sich den einfach nimmt das ist doch irgendwie komisch alles Hilfe ich kann es nicht keine Ahnung ich kriege es nicht raus aus meinen Fingern ich kann es nicht also hier das Spiel war unmöglich unmöglich zu schaffen ich habe alles probiert ich kriege es nicht raus aus den Fingern keine Ahnung wo stehen wir denn jetzt überhaupt Platz 11 wenn ich das richtig sehe Platz 11 sind wir 7 Punkte nach 6 Spielen Blonde empfängt seine ehemaligen Mitstreiter äh ja Lonely ok wir bringen doch rein Akpa Akpo und eventuell rodriguez jago quentin wenn wir hier quentin statt ali statt jugemon ja ist ok die dot womit lassen wir es mal so gut das war es für die Folge ich weiß nicht was es ist irgendwas ist schlecht gerade an mir und wie es dann weiter geht in der nächsten Folge sehen wir dann beim nächsten Mal wieder also macht's gut